So, wie krieg ich denn den Arsch jetzt hier? Lauf damit, ich mag dich nicht. Ja sicher, ja sicher! Hallo? Hello again? Wechsel doch mal dir das Schwert jetzt hierher. Aber es scheint doch, er zeigt es uns doch an, wir müssen immer den Bogen nehmen. Aber wozu? Wofür? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich glaube ja, dass das da hinten irgendwas zu tun hat. Warte mal, ich geh mal nach da hinten. Ich seh mich selber nicht. So, okay. Na, wirf schon. Aha, 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 aha. Aha. Guck mal an. Was haben wir denn da, Schöne? Kallung. Feuer! Okay. Bah! Okay, der Erste ist ausgescheiden. Ja, das ist ja leicht, du. Das ist ja leicht. Das kann ja jeder. Ja. Hau ihn auf die Glatze! Hau die Glatze auf die Fratze! Bam! Gut, der steckt den Baum fest. Das ist der Tufte. Was macht er denn jetzt hier? Oha. Aua! Humm. So, der hat so weg. Hallo? Ich seh nix. Okay. Tut ihr nicht. Oho. Oho. Au. Aua. Pritzel, Bratzel, Brutzel. Ach, die sind frei. Wir setzen uns auf sie drauf und zerdrücken sie zur Sülze. Haha. Zu Sülze. Und grälen und ne Prise Seilbein drüber streuen. Ach, da ist auch noch einer drinne? Okay. Das Geheimnis ist... Ja. Das Geheimnis ist... Ja. Raus. 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 So, der ist raus. Jetzt müssen wir das da hinten reinsetzen, oder wie oder was? Jetzt können wir hier probeln. Ach, da hängt nur noch eh noch. So, wie viele Zwerge haben wir denn mal hier jetzt? Meine Güte. Das ist ja nicht mehr normal. Frech und knaggisch. Frech und knaggisch. So, Bogen haben wir. Zack, zack. Ja. Haben wir das auch? Ja, ich bin auch verfolgt. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Alles hier doch mitnehmen. Ähm. Ja. Also hier drüben war ja jetzt noch welche, ne? Ich weiß nicht, was du vorhattst. Ja, die reden auch so cool, die Trolle, ne? Das würde keiner denken. Warte mal, hier könnte ich doch speichern, ne? Wir speichern hier mal. Wir speichern und fortsetzen natürlich. Dankeschön. Oh, nun lass mich durch hier. Oh, oh. Ach so. Wenn wir zu weit rankommen, dann geht der freiwillig wieder zurück. Auch gut zu wissen. Klonk, 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 klonk. Aber die gehen immer so langsam. Das ist, äh, ist das? So. Da mal abschießen. Aha. Da war er drinnen. Okay. Das passt ja mal da jetzt schon wieder schön aus. Oh, ne Bauplattform. Natürlich. Da werden unsere, unsere Freunde werden da hinten abgemorkelt, wissen, und wir bauen hier, was zu bauen. Natürlich. Haben ja auch sonst nichts zu tun, ne? So, davon 10 und davon 15. Bitteschön. Alles da. Kein Ding. Brrrr. Brrrr. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Was baut der da? Das brauchen wir Das brauchen wir Was soll das werden? Eine Brücke? Dem brauchen wir Äh Dem brauchen wir Und das brauchen wir Okay Alter Und noch höher Ja na sicher Hab ja sonst nichts weiter zu tun Das brauchen wir Dem brauchen wir Das brauchen wir Und natürlich Das da noch Und fertig So Supi Supen du Da ist der letzte So den haben wir auch befreit Ach ne Gandalf Altes Haus Wer ist denn da Und noch ein bisschen drücken Wie auf dem Klo Badam Auf Wiedersehen Ihr werdet zu stein Tralali So soll das sein Klatsch Klatsch Ja Mit Sicherheit Mit Sicherheit Ja Meister Die brauchen wir Diesmal nicht Geschaffen Schade 5% Das war scheiße Da haben wir auch ein ganzes gefunden Voll dufte Hier sind wir auch noch etliche Kann man das überspringen Ah das kann man überspringen Okay Den nochmal gekriegt Den Levelabschluss Ich habe noch einen gekriegt Also der zählt schon dazu Natürlich Geschichte Fortsetzung Seit wann wagen sich Bergtrolle so weit in den Süden Das haben sie ewig nicht getan Eine dunklere Macht herrschte damals Über dieses Land Bei Tageslicht dürfen sie nicht draußen sein Das heißt in der Nähe gibt es eine Höhle Oh Leute Was soll der scheiß Ich sag jetzt nix Find ich ja dufte was Was da an manchen stellen Dass das spiel so rumkackt Schreib mal in den kommentaren Ob das bei dir auch so ist Was hast du da schon gespielt haben solltest Ob das bei dir halt auch so ist Dass das ab und zu extremst rumkackt Also am rechter kann es nicht liegen Das kannst du vergessen So schlecht ist mein rechter ja nur hoch nicht Gut Kann ich den Pilz hier Oh die Pilze kann ich auch verhauen Ha böse Pilze Aber hier können wir doch noch sammeln Hier sind noch Blümchen Pilze Aber sonst weiter nix Der Weg Was hast du denn jetzt für Probleme Der Weg der wird uns ja in eine andere Richtung angezeigt Hier sind wieder diese extra Level Wo ich jetzt im Moment nicht so Bock drauf habe Mein entschuldige es mir halt hier ein Blitz Irgendwas Alter Falter Das ist ein Spiel Vom Feinsten hier Oder das ist so ein Kackspiel Ist ja Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Oh ich hätte es doch geschafft So jetzt machen wir es aber Vier Fünf Ich will den Stein haben Oh da ist er doch Der sitzt vor mir Und ich habe sich den nicht Ich weiß Acht Neun Zehn Bambusa Nummer acht Okay Haben wir das auch mal gemacht Muss ja auch mal gemacht werden Man kann ja hier nicht einfach so Ich stand jetzt gerade mit der Kamera im Baum Okay Man kann ja jetzt nicht einfach hier so Das Spiel Die Maulwürfe einfach so gewähren lassen Das geht ja nicht So hier sind die Trolle Versteinert Kann ich aber auch nicht kaputt machen Die Jungs Aua Feuer ist böse Haben wir auch wieder gelernt So irgendwo ging jetzt hier der Weg weiter Da Wir gehen jetzt einfach den Weg weiter Und bleiben bei der Geschichte So Okay Nehmen wir auch wieder alles mit Blaue Steine sind immer schön Rumsi rumsi Wo geht es denn jetzt hier weiter Da ist jetzt Da geht es weiter Okay Aber hier will jemand was hören uns Bist du gut drauf Dann biete mir Beute zum Kauf Nö Mit deinen Sachen Kann ich schönes machen Kann ich das irgendwie Okay Weil ich weiß doch gar nicht Was ich brauche Was soll ich denn da jetzt tauschen mit dem Das ist ja das doofe Naher tausche du irgendwas mit dem Was du denn später brauchst Dann stehst du da Guck mal Und außerdem brauchst du doch Ja bloß Ein paar Sachen kaputt hauen Und schon kriegst du alles Da brauchst du dich doch nicht mal anstrengen Warum fällt immer alles da unten Scheiß Schwerkraft Gut Wollen wir dennoch Klang klang Hier ist ein Pfeil nach unten Irgendwohin Oh da geht es Nein Der Weg sagt uns Wir müssen hier geradeaus weiter Und dann gehen wir jetzt auch lang Ist ja logisch Macht ja sonst keinen Sinn Was ist das hier Ah hier kommen wir rin krammeln Da gucken wo wir rauskommen Ich bin da überhaupt nicht neugierig Oder so Nee Auch hier ist wohl so ein extra Nee Nee so ein zusätzlich Da habe ich keine Lust drauf Das hat nichts mit der Geschichte zu tun Wenn man das mal machen sollen Muss das halt In die Kommentare schreiben Wenn ich mal hier so eine Zusatzdinger machen soll Schreibt es einfach Dann können wir ja gerne mal gucken Was da so Was es da so gibt Aber jetzt im Moment Da ich keine Lust dazu Hat ja auch nichts mit der Geschichte An sich zu tun Ich bin da so Ich bin da so Vielen Dank.